Speed-Checks sind hier ganz, ganz wichtig, weil ich habe schon gesagt, es muss die Geschwindigkeit hier optimal passen. Adolf Silber aus Spanien und der Oberösterreicher Gerhard Mayer im Buggy wollen hier flippen. Da wird koordiniert. Da muss wirklich hier alles passen. Stimmt's, Andy? Wolfgang, der Mechaniker checkt nochmal alles durch. Der Rampenmechanismus ist aufgestellt. Die Geschwindigkeit muss genau passen. Und wenn du da auf die Rampe zufährst, dann ist da das selbe. Die Kugel ist aus dem Lauf. Da geht's gerade zurück. Da muss alles stimmen. Ja! 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 Ja!